In LibreOffice 5.2 wurden viele neue Funktionen eingefügt, die in verschiedenen Komponenten des Office-Packets verfügbar sind. Zusätzliche Werkzeuge aus Draw sind jetzt in Reite und Kalk verfügbar, einschließlich gefüllten Kurven und Freihandlinien. Im Rahmen einer verbesserten Sicherheit werden jetzt mehrere Signaturbeschreibungen unterstützt, sowie Signatur im und Export aus OOXML-Dateien. Darüber hinaus können Dokumente in Kategorien wie Vertraulich gemäß den TSCP-Standards eingeordnet werden. Wenn Sie ein Dokument drucken, finden Sie die Option In Datei drucken in der Liste der Drücke. Benutzer von Google Drive können jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Und schließlich ist es jetzt möglich, die meisten Kontextmenüs anzupassen, um die Benutzeroberfläche noch individueller gestalten zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017